Ja, ich finde es ein bisschen doof, dass nicht alle Spieler, oder fast alle, oh scheiße, hier auf der... Wie man über die kleine Schwelle nicht rüberfahren kann. Ja, dass nicht alle Spieler hier auf der Map sind, sondern nur 8 oder so, immer. Also werden einem immer angezeigt. Detroit Stahlwerk